In dem Ort Wackhäusl-Kielach gibt es nur einen Ort mit einer Ladenpassage. Hier gibt es ein wunderbares Döner- und Pizza-Haus in der Wackhäusler Straße 64. Hier kann man mal schnell lecker essen gehen, ob Pizza, Pasta oder einen leckeren Döner oder andere Gerüchte. So, Döner machen schön, mit allem bitte scharf. Mit allem und schöner. Ja, mit Soße, ohne Soße bitte. Mitnehmen oder her essen? Mitnehmen. Gerne. Bisschen scharfe? Ja, bissl scharf. Kannst du machen ein bisschen Paparoni, bitte? Gerne. Bitte. Sehr nett von Ihnen. Super Service. Gerne, ja. So, bitteschön. Dankeschön. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir sind sehr schön, ich danke Ihnen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.